Ich mach mir meine Löcher, ich geh doch nicht durch Türen! Ha! Wir brauchen Türen! Wer braucht das schon? Ich nicht! Was ist das hier? Das ist groß. Ich kann es benutzen. Steam, 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 Steam... So, ups. Irgendwann hab ich was falsch gedrückt. Keine Ahnung was. Denn... Ach, da muss... Hä? Na gut. Gehen wir dann da lang. Hm. Ich bin nämlich... Jetzt ist das Spiel schon mal ziemlich geil. Wow! Mein Freund, was willst du denn? Und weg! Die ganze Hütte gleich auch noch. Also das ist das, was ihr von mir in diesem Let's Play am meisten sehen werdet. Ich werde irgendwas in die Luft jagen. Ob ich jetzt muss oder nicht. Spielt dabei keine Rolle. Oh, danke. Seht ihr? Jetzt wurde schon wieder getroffen. Es ist vorbei! Bye! Die Lateine riecht mir hier auf. Okay, das war jetzt ein Epic Fail. Die Lateine habe ich auch aufgeregt. Bar Shot, Bar Shot, richtig viel Bar Shot. Also falls keiner die Refaction-Teile kennt, hier, man kann echt alles kaputt machen. Alles. Na gut, damit... Warum kann ich... Oh, ich hoffe ich darf das kaputt machen. Und das! Ganz viele große Sachen. Weil ich natürlich auch ein bisschen Story und Mission zeigen darf. Boom! Hier einfach noch kaputt schießen. Ähm, warte, bevor ich irgendwo hinspringe... Oh, wow! Okay, ich habe gerade was richtig doofes gemacht. Ich kann nämlich zwei Parts auf. Das mit dem Ton, dass wir sowieso schon hinhauen. Und wenn nicht, ihr werdet es dann auf jeden Fall in den nächsten Parts nicht mehr so laut haben. shed again giorno counten WhenONE Der wird dagegen 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 Oh, gut Bar Shot vergessen. Und den dann, den ich euerl evergessen. Etwa den Farbigen markieren nach. Okay. Die Funktionalität hat auf der Nano-Forge gestorben. Ich liebe das Spiel. Gib mir ein Sit-Rap, Sam. Kein Bewegung in der Cargobay. Gut. Ich kann den Bruder benutzen. Arschlob. Arschlob immer wie ich. Und das kaputt machen und das kaputt machen. Nein, das würde ich nicht kaputt machen. Oh, was ist das denn schönes? Fette Sache. Äh, jo ist klar. Das ist irgendwie auch mal epic, Alter. Ja. Ich hoffe, dass ich gleich sterben werde. Weil das wäre nämlich epic. Haha. Wow. Wow. Ich bin nicht drauf, Alter. Reparieren, 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 reparieren. Okay, das mit dem Reparieren ist das nächste wirklich das wahre. Ich bin nicht drauf. Keine Munition, ja. Wunderbar. Wow. Wow, 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 wow. Ähm. Ja! Fett! He supports den Let me see their game. Fett at join ups. Nov Pod. So what the game Need for Temps is ... Is right, wow, watch this block. Ya, wait and see if he adds power to the turn. Well, we're молод, oh wait and see if we can go inside. Impact is all mine. Fett. Das kann ja auch noch. Ich will das auch machen. Druckstoß mit Kuh. Fett ist er. Gut. Die Kultusen sind zu verdammt alle Sicherheitssysteme in dem Gebäude. Alle Sektoren sind in Lockdown. Ihr müsst jeder, bevor das System verbotzt. Ja, Sir. Schaut. Wir haben nicht mehr Zeit. Oh. Kultus inbound. Dammit. So, da hab ich auch was gesehen. Und hier auch noch? Yo. Ich will auch nicht mit Kuh da durch. Ich will mit Waffengewalt da durch. Ein bisschen zu viel, oder? Was seid ihr überhaupt für Gestalten? Ihr seid voll scheiße. Oh. Oh. Ah, sagen sie mir läuft Sprengeln. Das ist... Eine gute Lampe. Wie weit reicht der Druckstoß wohl? Nicht weit genug. Hab ich grad gemerkt. Und das war ein Epic Fail. Ich hab mich selber überlaufen geballert. Regelrecht. Aber die erscheinen gleich mit. Was ist das? Oh. 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 Und rein. Ja. Und da. fast nicht geht oder doch es ist ein geiles feature von sachen die wir auch wieder aufbauen kann nur und danach geht ein Klappenmann wie geil das wird das geilste Let's Play überhaupt das hört ziemlich munitionsmäßig aus ups tut mir leid und wieder reparieren und wieder zerstören und wieder reparieren ich bin ja gespannt wie das Spielbord was ablaufen wird was soll ich auch noch fragen das hört sich nicht gut an Hedgehot nein kein Hedgehot mehr Hedgehot ich weiß nicht warum ich so barriere vielleicht weil es einfach nur so geil aussieht ich weiß nicht aber es ist nicht so gut ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht